über Bakterien, und zwar über Bakterien, die auf unserer Haut und im menschlichen Körper leben. Gegen 10.35 Uhr unternehmen wir eine Extra-Tour nach Bremen. Margarete Schreinemarkers und Stefan Fiering stellen Ihnen aktuelle Modetrends vor. Der Kabarettist Richard Rogler gibt eine ganz spezielle Prognose für dieses Jahr zum Besten. Und dann können Sie sich natürlich auf Musik freuen, von Sally Oldfield, Justin Hayward und Bonnie Bianco. Um 12.10 Uhr befassen wir uns unter dem Titel Hiebe statt Liebe mit dem ernsten Thema der Gewalt gegen Frauen. Jährlich fliehen etwa 25.000 misshandelte Frauen vor ihren Männern in eines der 200 Frauenhäuser unseres Landes. Im Rahmen der drei Kontakte wird anhand der Ehegeschichten von drei Frauen die Ursache der Gewalt untersucht. Presseschau und heute Nachrichten können Sie dann, wie ich schon sagte, gegen 12.55 Uhr und 13.00 Uhr nur über die Sender der ARD empfangen. Nun aber erst einmal unser Bericht über Bakterien in Bilder aus der Wissenschaft. Amniej Uno über Klimawandel Amniej Amniej Ammeg Vielen Dank.